Also heute geht es um die Frankfurter Schule, spezifisch die Frankfurter Schule rund um Horkheimer und Adorno. Das sind die zwei bekanntesten Vertreter davon. Ich glaube am Anfang muss man so ein bisschen die Relevanz klären. Ich schätze mal, dass in Deutschland die Frankfurter Schule und deren Einfluss viel relevanter ist als in Österreich. Deswegen vielleicht muss man ein bisschen weniger darauf eingehen, wie ich gedacht habe. Aber ich werde es trotzdem machen. Ich meine, wir haben das Buch Ideologiekritik eben mal rausgegeben, wie wir eh schon diskutiert haben. Gegen die akademische Entstellung des Marxismus. Und die Frankfurter Schule steht genau in dieser Tradition als einer der Hauptströmungen eines sogenannten akademischen Marxismus. Genau, der vom Marxismus ausgegangen ist, teilweise als Grundlage genommen hat und komplett mit diesem gebrochen hat. Wie gesagt, in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen relevanter, aber die Frankfurter Schule zeichnet sich nach wie vor doch einen großen Einfluss an den Universitäten aus, in den Geisteswissenschaften. Und politisch stützen sich beispielsweise die Antideutschen darauf, wo ebenfalls, glaube ich, in Deutschland viel mehr Erfahrungsberichte es irgendwie gibt, als irgendwie von mir aus Wien. Was wahrscheinlich in Diskussionen sehr interessant sein wird. Also darauf werde ich eher weniger eingehen. Und ganz generell muss man das, glaube ich, breiter sehen als eine Entwicklung, das ist eine Entwicklung, die viele sogenannte marxistische Intellektuelle durchgemacht haben zu der Zeit. Beziehungsweise die Frankfurter Schule wahrscheinlich sogar viel früher wie andere. Und in dem Kontext kann man auch sagen, dass die Frankfurter Schule und ihre Theorieentwicklung eigentlich sehr kompatibel ist mit den Ideen von der Postmoderne, von Identitätspolitik, die wir gestern diskutiert haben. Es gibt nicht irgendwie eine direkte Beinflusse oder so etwas. Teilweise haben sie sogar theoretische Konflikte, aber philosophisch und in extrem vielen theoretischen Aspekten begegnen sie sich. Da will ich auch mit einem netten Zitat von Foucault beginnen. Er ist quasi einer der Gründungsväter der Postmoderne, des Poststrukturalismus. Er sagt nämlich über die Frankfurter Schule, und ich glaube zur Dialektik der Aufklärung spezifisch, aber dazu kommen wir später noch. Also er sagt zur Frankfurter Schule, hätte ich ihre Bücher gelesen, so hätte ich eine Menge Dinge nicht sagen müssen. Und mir wären Irrtümer erspart geblieben. Vielleicht wäre ich, wenn ich die Philosophen dieser Schule in meiner Jugend kennengelernt hätte, von ihnen so begeistert gewesen, dass ich nichts weiter hätte tun können, als sie nur zu kommentieren. Genau, nur um irgendwie diese Kompatibilität zu verdeutlichen. Genau, es sind irgendwie keine Theorie-Schulen, die im engen Widerspruch stehen, im Gegenteil. Es ist eigentlich eine, genau, wie gesagt, eine Entwicklung, die dieser akademische Marxismus durchgemacht hat. Die ich auch so ein bisschen darstellen will. Genau. Wir beginnen mit der Geschichte von der Frankfurter Schule, genauer in der Theorie-Schule, dessen Geschichte eben in Frankfurt beginnt, mit dem Institut für Sozialforschung. Das wird in den 20er Jahren gegründet. Und Horkheimer ist eben einer der Gründungsmitglieder, der dann später, 1930, zum Leiter dieses Instituts wird. Und mit Erdogan zusammen eben zu den zwei prägenden Figuren dieser Schule. Und was diese Schule und diese zwei Theoretiker auszeichnet, ist vor allem anderen wirklich ein absoluter Bruch mit der Praxis der Arbeiterbewegung. Also es ist irgendwie eine Schule, die eigentlich aus dem Marxismus kommt, zumindest teilweise sich auf Marx bezieht, den er als Theorie-Vater unter anderem hernimmt, genau, aber sich komplett in der irgendwie gearteten Praxis verweigert. Also sie beteiligen sich nicht am politischen Leben der Arbeiterbewegung, sie haben keinen Einfluss zu irgendwelchen revolutionären Bewegungen ihrer Zeit, noch beziehen sich Stellung zu zentralen Fragen der Arbeiterbewegung zu der Zeit 1930er, also zum Beispiel zur Spanischen Revolution, zum Aufkommensstrategien, zum Kampf gegen den Faschismus, genau, zu den Moskauer Prozessen. Das sind alles große Kernfragen zu der Zeit, wo sie und das Institut generell keine Stellung irgendwie zieht. Und das ist auch die zentrale Kritik damals von einem Text, der ebenfalls in diesem Buch ist, von Walter Held, der eben damals, glaube ich, Ende 1930er Kritiken in der Zeitschrift für Sozialforschung formuliert. Und er erklärt eben weiter, dass diese fehlende Praxis, kompletter Bruch, dass es keine Verbindungen gibt mit der Arbeiterbewegung, auch Einfluss auf die Theorie hat, nämlich zur kompletten Sterilität in der Theorie führt. Und das gilt es, glaube ich, irgendwie weiter darzustellen und somit auch zu erklären, was das Verhältnis von Theorie und Praxis ist. Und was, genau. Denn diese fehlende Verbindung in der Arbeiterbewegung, ich meine, heute kommt uns das eigentlich recht normal vor, wenn wir die Uni betrachten, Intellektuelle betrachten, diese Theorien betrachten, dass da eigentlich ein ziemlicher Bruch ist und es keine wirkliche Verbindung gibt. Aber das ist eine Entwicklung, die damals angefangen hat. Also die Frankfurter Schule zusammen mit vielen anderen Theoretikerinnen später, die hat quasi eine ganze Generation begründet. Und das gilt bis heute, wo eben dieser Bruch stattfindet. Historisch, vor allem durch die Niederlage der revolutionären Massenbewegung in den 30ern, durch den ganzen Prozess der Stalinisierung der Sowjetunion und der ganzen kommunistischen Parteien hat einfach eine extreme Verengung vom Horizont von diesem Intellektuellen stattgefunden und quasi eine Flucht komplett in den wirklichen Staatsoperat, in die Universitäten, komplett entfernt von der Arbeiterbewegung. Ich glaube, ich muss ein bisschen verdeutlichen, was ich damit meine, weil man könnte denken, Sozialdemokratie, die ganzen Reformisten, die zeichnen jetzt auch aus, dass sie irgendwie im wirklichen Staatsoperat festhängen oder zumindest deren Führung, dass sie im Blick nur in diesem Staatsoperat sind. Und das stimmt, aber im Vergleich zu früheren Theoretikerinnen der Arbeiterbewegung, nicht nur Luxemburg, Liebknecht, Lenin, Trotzki, so die Revolutionäre dieser Zeit, sondern selbst der Haupttheoretiker des Revisionismus, Bernstein oder Hilferdinger oder andere Sozialdemokraten, haben nicht diese Trennung gehabt. Die waren Bestandteil der Arbeiterbewegung und jeweils, von welcher Seite auch immer, aber das waren irgendwie die Theoretikerinnen dieser Arbeiterbewegung und hatten eine Rolle in der Partei, waren gezwungen, konkret sich zu positionieren. Und diese Verbindung ist heute in den allerwenigsten Fällen gegeben. Und wie ich erklärt habe, die heutigen Intellektuellen haben einfach unmittelbaren Bezug zum Staatsoperat und null Bezug zu einer politischen Praxis der Arbeiterbewegung. Das bedeutet nicht, dass die irgendwie keinen Einfluss haben. Es gibt alle möglichen Theoretikerinnen, die in der Linken, in den Sozialdemokratien diskutiert werden, die hergenommen werden, um ihren Reformismus zu begründen. Ich weiß nicht, Polanzas zum Beispiel, die Staatstheorie oder Frigga-Hauk und ihr Verständnis von einer reformistischen Rosa-Luxemburg. Also das sind alles tatsächlich Sachen, die Eingang in die Arbeiterbewegung gefunden haben, aber nicht, weil sie als Theoretikerinnen sind, die in der Arbeiterbewegung stehen. Und daraus folgt ein sehr spezifischer Charakter, das quasi nochmal so eine Degenerationstufe höher ist als der Revisionismus von Bernstein beispielsweise. Nämlich eine spezifische Generation oder Generation von Intellektuellen, die quasi absoluten Fokus auf Beschreibung der Welt haben. Und zwar eine sehr enge Beschreibung auf Phänomene wie Kultur oder Sprache. Und wir sehen jetzt schon eine Entwicklung zum Poststrukturalismus hin, aber dort hat quasi diese Entwicklung begonnen oder zumindest befeuert worden. Einen sehr verengten Horizont, wo sich auf spezifische Phänomene des Kapitalismus konzentriert. Und höchstens, wenn man Stellung bezieht, dann extrem abstrakt, extrem schüchterne Positionen, die man hinter komplexen Umschreibungen und einer verworrenen Sprache verstecken muss. Was auch logisch ist, weil wenn man nicht ständig gezwungen ist und das auch irgendwie sinnvoll erachtet, Stellung zu beziehen in der Arbeiterbewegung, zu politischer Position einzunehmen, dann führt das genauso zu einer schüchternen Sprache. Genau, schüchterne und komplexen Umschreibungen, genau. Wenn man keinen Klassenstandpunkt einnehmen muss. Und das ist genau eben die Entwicklung, wo wir jetzt weiter so die Geschichte der Frankfurter Schule verfolgen werden. Nämlich eben mit Ende der 1930er, wie ich schon erwähnt habe, mit der Niederlage dieser ganzen revolutionären Bewegungen und der Stabilisierung des Stalagismus, der Moskauer Prozesse, quasi die Ermordung aller Revolutionäre, die noch da waren in der Sowjetunion und auch mit der Ermordung Trotskis 1940. Er hat quasi eine Phase eingesetzt, wo extrem viele Intellektuelle, die zuvor wahrscheinlich eher unkritisch mit der Sowjetunion und dem Marxismus sympathisiert haben, aber nie wirklich seine Methode übernommen haben, was sich dadurch auszeichnet, dass sie zum Beispiel unkritisch mit der Sowjetunion sympathisiert haben, von einem Tag auf den anderen genauso schnell und genauso unkritisch gebrochen haben. Nicht nur der Sowjetunion und dem Stalinismus, sondern mit dem Marxismus an sich. Für die allermeisten kann man sogar einen ziemlich genauen Punkt festmachen, nämlich den Umbruchpunkt, wo der Umbruchpunkt Hitler-Stalin-Pakt. Mit dem Punkt haben wir quasi extrem viele Intellektuelle gesagt, okay, das ist quasi so eine Linie, die übertreten worden ist, wenn der Faschismus mit dem Sozialismus zusammenarbeitet, dann kann man das nicht mehr verteidigen. Aber wenn man es sich genau anschaut, ist dieser Bruchpunkt sehr bezeichnend für kleinbürgerliche Intellektuelle, die vor allem auf dem Druck des Staatsanwalts und Druck der bürgerlichen Meinung agieren. Weil zum Beispiel zuvor die Moskauer Prozesse zwei Jahre Abschlachten von allen Revolutionären, die es irgendwie noch gab in der Sowjetunion, unter lügenhaften Prozessen, die einen extrem propaganderen Zweck gehabt haben, und einfach hunderte Tausenden ihr Leben gekostet haben, haben sie sich nicht dazu geäußert. Das war nicht der Bruchpunkt quasi für sie, obwohl man halt schwer argumentieren kann, wie der Hitler-Stalin-Pakt so eine weitere, quasi die Trennlinie ist, die überzogen worden ist. Aber der Hitler-Stalin-Pakt war der Punkt, wo angefangen hat, die öffentliche Meinung, vor allem in den USA und anderen westlichen Staaten, umzuschwingen und extreme, weil es auch um die Kriegsvorbereitung gegangen ist, extreme Propaganda betrieben worden ist. Genau. Und Horkheimer und Adorno genauso zu diesem Zeitpunkt diesen Bruch vollzogen haben, nämlich im amerikanischen Exil, zu dem sie der Faschismus gezwungen hat in Deutschland, also sie haben ihr Institut schlussendlich in den USA umgesiedelt. Und zu ihrem Bruch mit dem Marxismus muss man sagen, dass es von Anfang an kein kohärentes Marxismusverständnis gab. Also der Anspruch von Horkheimer, wo er das Institut übernommen hat, und davor hat ein Austromaxist das Institut geleitet. Aber sein Anspruch war von Anfang an, verschiedenste Theoretiker, die sich eigentlich methodisch widersprechen, zusammenzuführen. Zum einen Freud, Kant, Marx, Hegel. Das sind wahrscheinlich die vier wichtigsten, zusammenzuführen, was zum absoluten Bruch, oder ich würde sagen, Unverständnis von historischem Materialismus geführt hat. Was irgendwie einer, also die zentrale Methode ist, überhaupt Geschichte und den Klassenkampf zu verstehen. Nämlich war das Verständnis von Horkheimer, von historischem Materialismus, nicht, dass die ökonomische Grundlage der Gesellschaft, die Produktionsverhältnisse des Kapitalismus, grundlegend sind für die Geschichte, grundlegend sind für die historische Entwicklung, sondern er hat gemeint, beziehungsweise er hat es eigentlich in den 30ern entwickelt, indem er gesagt hat, die ökonomischen Faktoren sind einer von politischen, kulturellen, psychologischen Faktoren. Die stehen irgendwie alle auf einer ähnlichen Ebene, auf der gleichen Ebene. Und ich glaube, das ist irgendwie interessant, sich anzuschauen, weil das sieht man sehr oft. Und es macht, glaube ich, auch Sinn, wenn man vor allem nicht Stellung beziehen will dazu. Und es hat auch theoretische Konsequenzen, wie man das so sieht. Weil, wenn nichts irgendwie in letzter Instanz bestimmend ist, wenn es keine Basis, ein grundlegender Faktor für eine Entwicklung gibt, an was soll man denn ansetzen? Was muss dann verändert werden, wenn man diesen Gesellschaft, wenn man den Faschismus, wenn man den amerikanischen Hybridismus bekämpfen will? Soll man an der Kultur ansetzen? Soll man an der Psychologie der Menschen ansetzen? Soll man, ja, braucht einfach bessere Politiker? Oder muss man wirklich dieses System, das schlussendlich diese ganzen Faktoren zentral bestimmt, überwinden? Ich glaube, da muss man extrem scharf sein. Und das war er von Anfang an nicht. Genau, was man dann in der weiteren Entwicklung sieht, ist, dass er eben nicht das so gelassen hat, mit auf der gleichen Ebene, weil, das kann im Prinzip niemand. Wenn man schlussendlich eine Lüse weiterführt, muss man einen bestimmenden Faktor herauskehren, wenn man irgendwie Geschichte erklären will. Und bei ihnen war das dann immer mehr, wie wir sehen werden, die Bildung, die Psychologie, anstatt zu den ökonomischen Verhältnissen. Womit sie begründet haben, dass es nicht mehr notwendig ist, den Kapitalismus zu stürzen, sondern ihn zu stürzen. Genau, und mehr auf diese Faktoren wie Bildung zu setzen. Genau, dieser Buch haben sie während des Zweiten Weltkriegs vollzogen und vor allem mit einem zentralen Werk, wahrscheinlich das Hauptwerk der Frankfurter Schule, was Horkheimer und Adorno zusammengeschrieben haben, nämlich Dialektik der Aufklärung. Was wirklich heute noch sehr, also, ja doch, was ich mitbekommen habe, sehr häufig an der Uni auch gelesen wird. Also in Bildungswissenschaften, Soziologie, Philosophie, und was ist der Inhalt von diesem Buch? Sie erklären im Prinzip, also Dialektik der Aufklärung, Sie erklären im Prinzip, dass die Ideen der Aufklärung, also die Ideen von fortschrittlichen Entwicklungen, Entwicklung der Wissenschaft, die Verbesserung der Lebensumstände, der Zivilisation und so weiter, sich in sein Gegenteil verkehrt haben. Also es ist halt, die Moderne hat irgendwie gehofft, es gibt mehr Gleichheit, Freiheit, Fortschritt, aber was wir jetzt sehen, ist der Faschismus, der Stalinismus, ist irgendwie die amerikanische Massenkultur, die uns alle verblödet. Genau, also es ist in sein Gegenteil umgeschlagen, aber wieso, das führen Sie auf die Ideen der Aufklärung zurück, quasi, auf die Ideen der Philosophen, der Aufklärung, und Sie verfolgen es sogar geschichtlich so weit zurück, dass Sie gesagt haben, diese Aufklärung, diese Vernunftssteuerung, die beginnt quasi zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch sich die Natur zum Untertan gemacht hat. Also mit der Naturbeherrschung und der Antike, der griechischen Mythologie, deswegen ist das Buch auch eigentlich voll mit Metaphern und Anführungen von mythologischen Erzählungen aus der Zeit. Genau, aber Sie begründen es im Endeffekt, es ist keine materialistische Analyse mehr, sondern ein philosophischer Idealismus, den wirklich die Herrschenden nicht lieber haben könnten. Weil wenn man, ähnlich wie ihre philosophische Entwicklung davor schon, wenn man die materiellen Verhältnisse als Grundlage der Entwicklung der Gesellschaft sieht, dann würde man den Faschismus, den Stalinismus, diese ganzen Phänomene, würde man eben auch dadurch erklären, würde man spezifisch erklären, und erklären, was der weitere Verlauf ist und die politische notwendige Praxis. Aber dass sie das exakte Gegenteil gemacht haben, nämlich die Ideen hergenommen haben als den grundlegenden Faktor für diese Entwicklung, ist es nicht mehr notwendig, dieses ökonomische System zu verändern, irgendwie daran anzusetzen, sondern es ist tatsächlich einfach die Veränderung der Ideen notwendig. Aus ihrer Sicht, ich glaube, das ist in der Frankfurter Schule umschnitten, aber aus ihrer Sicht quasi mehr Aufklärung, obwohl sie das eigentlich kritisieren, mehr Aufklärung von Nöten, mehr Bildung, um die Menschen, Menschen quasi aus dem Bann des Faschismus, aus dem Bann dieser Massenkultur zu befreien. Und ich glaube, es ist echt wichtig, sich so den historischen Kontext vor diesem Buch anzuschauen, weil allein durch das Buch zu lesen, wird man, glaube ich, wirklich nichts verstehen können, weil es ist mehr so ein fetzenweiser Ausschnitt aus Gesprächen zwischen Horkheimer und Dornow, die mitgeschrieben worden sind und voll mit Ausschnitten aus der griechischen Mythologie. Und es ist halt so abstrakt und verworren geschrieben, dass jeder so seine Sachen rein interpretieren kann. Es gibt aller möglichen Leute, die wollen unbedingt Horkheimer oder Dornow materialistisch interpretieren und wollen sagen, okay, das, was sie darlegen, ist, wie der Faschismus aus den kapitalistischen Verhältnissen quasi gefolgt ist, zusammen mit amerikanischem Imperialismus, zusammen mit dem Stalinismus. Genau, aber wenn man sich den historischen Kontext anschaut und die Entwicklung, dann ist das einfach ein absoluter Bruch mit dem Marxismus, basierend auf diesem massiven Druck, der während dem Zweiten Weltkrieg und massiver Isolierung während dem Zweiten Weltkrieg auf den Intellektuellen quasi spezifisch gelegen ist. Und das zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie dieses Werk mehrmals komplett umgeschrieben haben und spezifisch marxistische Wörter rausgestrichen haben und durch unbelastete, nicht so stark belastete Begriffe quasi ersetzt haben. Und das ist wirklich bezeichnend, dass es nicht nur, dass es schöner klingt, dieses Buch, sondern es hat eine extrem verheerende Bedeutung. Ich will nur ein Beispiel bringen, nämlich ersetzen sie beispielsweise das Wort Ausbeutung durch das Wort Versklavung, was komplett andere Bedeutung hat, weil Marxismus ist das Wort Ausbeutung hat eine wissenschaftliche Bedeutung, bedeutet de facto Mehrwertabschöpfung. So haben das irgendwie Marx und Engels verwendet und so würden wir das heute ebenfalls verwenden. Und Versklavung ist eine moralische Angelegenheit hier. Also es hat schon noch wissenschaftliche Bedeutung, aber es ist nicht irgendwie spezifisch auf die kapitalistische Produktionsmethode zurückzuführen. Das gibt es noch mit mehr Begriffen, keine Ahnung, es sind alle da zitiert, ich will es irgendwie nicht mehr anführen und es ist auch im weiteren Verlauf, wenn es in Italien veröffentlicht worden ist, ebenfalls nochmal umgeschrieben worden. Genau. Und wenn man das irgendwie als ihre idealistische und antimaxistische Wende sieht, dann macht auch ihre weitere Entwicklung als Schule mehr Sinn. Also dieses Buch muss wirklich aus dem historischen Kontext gesehen werden. Und was ist was ist ihre weitere Entwicklung, wenn sie irgendwie versuchen, komplett entfernt von der Arbeitbewegung, mit der idealistischen Philosophie zu stehen, dann können sie irgendwie nicht neutral zwischen den Klassen stehen, sondern dieser Bruch mit dem Marxismus führt schlussendlich zum Übergang, wenn sie irgendwie, weiß nicht, wirksam sein wollen, führt schlussendlich zum Übergang ins Lager der herrschenden Klasse. Und das hat sich während des Zweiten Weltkriegs ausgedrückt, indem sie mehr und mehr den Kapitalismus auch akzeptiert haben, was sie nicht unbedingt theoretisiert haben, aber Horkheimer und Adorno bekennen sich mehr und mehr zur amerikanischen Demokratie in diesem Zeitpunkt, als quasi der einzige Ort, an dem man noch wissenschaftlich frei schaffen kann, sozusagen. Das führt eigentlich auch zu ihrer weiteren Entwicklung, wo sie quasi isoliert von jeglicher Praxis um mit diesem philosophischen Umschwung ihre politische Praxis tatsächlich dann entwickeln nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar zusammen mit dem wirklichen Staatsapparat, mit der USA und der BID. Wozu ich gleich kommen werde, davor zur Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie eben ihre politische Praxis entwickeln. Ich glaube, das ist sehr wichtig, um das zu verstehen, aber wahrscheinlich nicht überraschend für die meisten, die hier sitzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg finden wir eine Situation vor, wo der Kapitalismus auf Weltmaßstab massiv geschwächt ist. Ungefähr ein Drittel der Welt ist nicht mehr kapitalistisch, beziehungsweise in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, Osteuropa, Jugoslawien und mit der Revolution in China wird dort eben der Kapitalismus abgeschafft und eine bürokratische Planwirtschaft eingeführt, dem Vorbild des Stalinismus und die Sowjetunion ging quasi zusammen mit der USA als zweite Supermacht hervor in dieser Blockbildung. Und das bedeutet für die USA und den Kapitalismus generell, es ist eine Phase, wo sich dieses System wieder stabilisieren muss, wo es irgendwie um Rückhalt kämpfen muss und wirklich offen herausgefordert wird von diesem nicht kapitalistischen Block und zentraler Akteur dafür ist die USA, welche eben, ich meine in erster Linie mit der Entwaffnung dieser ganzen Partisanenbewegung, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Kleiner Seitelot, was ohne die Rolle der Sowjetunion und der kommunistischen Parteien in diesen Ländern nicht möglich gewesen wäre. Genau, mit der Entwaffnung dieser Partisanenbewegung und dann im weiteren Verlauf mit der wirtschaftlichen Unterstützung des Westens, Europa, mit der Unterwanderung und Verfolgung der Gewerkschaften, sozialistischen und kommunistischen Organisationen, mit der Finanzierung, mit dem Aufbau der CIA und mit der militärischen wirtschaftlichen Intervention in Dutzenden von Ländern. Genau, ich glaube, die Geschichte kennt jeder sehr gut und das zentrale, quasi ideologische Mittel, um das zu rechtfertigen, um das zu argumentieren, um die Legitimität des Kapitalismus gegen die Sowjetunion und gegen den Kommunismus quasi zu argumentieren, ist die Demokratie, die bürgerliche Demokratie. Und wir wissen irgendwie, was für Heuchelei das darstellt, weil jede quasi militärische Intervention der USA genau mit diesem Argument der Menschenrechte, der Demokratie usw. verbunden ist. Doch selbst heute ist das einer der zentralen, quasi ideologischen Mitteln und Linien der Herrschenden. Um ihr System vielleicht nicht als unbedingt ein gutes System, aber das einzige System zu präsentieren, das funktioniert. Weil wenn man den Kapitalismus stürzen will, wenn man irgendwie die Produktionsmittel, die großen Banken, die Konzerne enteignen will und unter demokratische Kontrolle der Arbeiterinnen führen will, wie wir gesehen haben, führt das irgendwie in die Diktatur. Führt das zur totalen, totalitären Herrschaft irgendwie im Osten. Und nur die freie Marktwirtschaft kann diese persönlichen, diese politischen Rechte garantieren. Und diese zentrale Argumentationslinie, das war unter anderem eben die Aufgabe des Instituts, das nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt ist, nach Frankfurt, das zurückübersiedelt ist, eben unter dem Auftrag und der Finanzierung der USA, genau um das zu machen. Nämlich um demokratische Ideale in die Köpfe der Menschen einzuimpfen. Das ist ein Zitat von Horkheimer. Was da glaube ich in dem Brief an mehrere... Ach, das ist eigentlich vielleicht später. Egal. Genau. Und zurückgekehrt haben sie genau diesen Zweck in Frankfurt an der Universität Vorlesungen konzipiert. zur Rolle der Bildung, zur Entwicklung des Unterrichts in Schulen geschrieben. Und genau in der Zeit ist eben diese Phase von einer bürgerlichen Offensive, wo sich versucht, der Kapitalismus wieder zu festigen. Und in Deutschland spezifisch zum Beispiel wird mit dem 1950er, wo das Institut zurückkehrt, der Verbot der KPD vorbereitet als einer von den Momente, wo es quasi diese bürgerliche Offensive gab, um das System wieder zu festigen. Ich glaube 1956 ist sie dann schlussendlich verboten worden. Das ist aber mehrere. was sich quasi schon abgezeichnet hat am Anfang von dem Jahrzehnt. Und das ist die Zeit, wo das Institut quasi, also natürlich keine Stellung dazu bezieht, das sollten Sie inzwischen nicht mehr überraschen, aber halt komplett im bürgerlichen Staatsoperat in der Universität irgendwie aufgeht und zusammen mit der BRD eine Praxis entwickelt. Das ist auch die Zeit, wo zum Beispiel die westdeutsche Armee wieder aufgebaut wird, nachdem die Besatzung irgendwie zu Ende ist. Und sie beteiligen sich an der Auswahl, ein Auswahlverfahren von Offizieren. Welche Offiziere eignen sich am besten für die westdeutsche Armee? Aus Ihrer Situation, als Intellektuelle, die Praxis der Arbeiterbewegung schon längst aufgegeben, macht das ja tatsächlich Sinn. Weil aus Ihrer Sicht hat quasi Deutschland den Faschismus erlebt und die Menschen müssen wieder umerzogen werden, dass sie diese Erfahrungen überwinden. Aber eben umerzogen, indem man mit dem möglichen Staatsoperat die Offiziere auswählt, wer vielleicht eher faschistische Gedanken hat und wer eher ein guter Demokrat ist. Und das, genau, anhand von der politischen Praxis lässt sich das weiterführen. Sie fangen halt an, tatsächlich politische Stellung zu beziehen, aber aus Sicht der herrschenden Klasse natürlich. Und komplette Ablehnung der Sowjetunion und alles, was irgendwie ein Kampf für eine neue Gesellschaft versprechen würde. Sie beteiligen beispielsweise an der Diskussion zur Atombewachtung Deutschlands, wo sie argumentieren, also wo sie dafür argumentieren, und zwar, weil jede Schwächung der westlichen Demokratie, quasi des westlichen Europas, zu einer Versklavung des Osten führen könnte. Also quasi der Osten marschiert ein und versklavt irgendwie diesen Westen. Genau, was halt exakt die Ideologie und die Propaganda der herrschenden Klasse zu der Zeit war. Und wenn man quasi diesen Schritt gegangen hat, die Sowjetunion und einen degenerierten Arbeiterstaat komplett mit dem gebrochen hat, also den, den er als schlimmer und bekämpfenwerter anzieht, als die westlichen Demokratien, was glaube ich auch heute quasi argumentiert werden müsste, dann kann man daraus nur Schluss folgern, dass der Kampf für den Sozialismus, für irgendeine Art von Sozialismus oder Enteignung der Kapitalistinnen nicht zielbringend ist. Weil was wir argumentieren ist, dass im ganzen Verlauf der Sowjetunion die Errungenschaften quasi des Arbeiterstaats, nämlich die Planwirtschaft, die verstaatlichte Wirtschaft, das ist, was erhalten werden muss und diese Bürokraten, diese ganze bürokratische Schicht, die diesen noch existierenden Arbeiterstaat, diese Planwirtschaft quasi zugrunde richten, gestürzt werden muss. Genau, also eigentlich eine sehr differenzierte Analyse, woraus eben ein politischer Praxis folgt. und sie haben das nicht, lehnen das prinzipiell ab, woraus auch ihren Blick quasi in den West und die bürgerliche Demokratie kommt. Und wenn man diese Entwicklung weiterverfolgt, dann ist es auch nicht überraschend, dass sie anfangen, quasi in der Spätphase, 1968, den Vietnamkrieg zu verteidigen und zwar genau anhand von dieser Linie, nämlich mit der Verteidigung der Menschenrechte und der Verteidigung der Demokratie, wo es quasi kein Blatt gibt zwischen dem US-Imperialismus und der Argumentation von Horkheimer. Ich glaube, das Zitat habe ich mir jetzt einstellen. Genauso argumentiert und zwar wenn in Amerika es gilt, einen Krieg zu führen, so ist es nicht so sehr die Verteidigung des Vaterlandes, sondern es ist im Grunde die Verteidigung der Verfassung, die Verteidigung der Menschenrechte. Derjenige, der urteilt, der soll wenigstens sich um diese Dinge kümmern, der soll wenigstens, wenn er von Vietnam redet, daran denken, dass wir hier nicht zusammen wären und frei reden könnten, wenn Amerika nicht eingegriffen hätte und Deutschland oder Europa von dem furchtbarsten totalitären Terror schließlich gerettet hätte. Genau, also aus der überzeugten und unterstützenden wirklichen Demokratie folgt die artige reaktionäre Praxis. weil es quasi gilt den Totalitarismus in jedem Fall überall zu bekämpfen, was quasi genau den anderen, genau die andere Seite nämlich die bürgerlichen, sie in die Unterstützung der Bürgerlichen treibt. Genau ähnlich quasi argumentieren sie gegen die Studentenproteste in Deutschland, was vielleicht so die bekannteste Kontroverse ist, wenn es um politische Praxis geht, weil Horkheimer, der Giorno und generell die Frankfurter Schule diese Studentenproteste in das gleiche Eck stellt wie der Faschismus quasi. Es gibt es gibt eine Bewegung, es sind massenweise Leute auf der Straße, die sind so gewaltvoll und die stellen offensive Forderungen, weil sie sich mit dem Staat dann legen. Wir setzen dann noch die Universitäten, nämlich unter anderem die Frankfurter Uni. Genau, und das sind wie Züge des Faschismus, was nur der absoluten oberflächlichen Faschismusanalyse folgen kann, aber dafür vielleicht eine Diskussion mehr und interessanterweise auch ein Antisemitismus, das geht irgendwie Hand in Hand, das sind beides die Vorwürfe gegen die Studentenbewegung. Und jetzt, ich glaube, das ist eigentlich nicht so schwer anhand von ihrer politischen Praxis die Frankfurter Schule quasi zu kritisieren, aber ich glaube, die meisten, die was mit der Frankfurter Schule anfangen können, würden argumentieren, dass das nicht so wichtig ist und sie sehr akkurate Theorien geliefert haben, vor allem zur Analyse des Kapitalismus und seiner Ideologie, der Propaganda, Verbreitung sehr interessante Theorien geliefert haben, auf die man sich gestützen kann und was es jetzt irgendwie zu argumentieren gilt, ich glaube, dass ihre Praxis mit dem Bürgerzum zusammen natürlich auch Einfluss auf ihre Theorie hatte und dass sie in der Theorie mit die elektrige Aufklärung und ab diesem Zeitpunkt auch extrem pessimistisch geworden sind und quasi ihre Analysen in ihrer Analysen eigentlich sehr blind waren auf weitere Entwicklungen. Was ich damit meine sofort, ihr Pesimismus drückt sich aus, diese ganze Umschwung mit der elektrigen Aufklärung war auch damit verbunden, wie die meisten Intellektuellen gebrochen haben mit der Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt. Also Praxis gab es eh nie, aber man hat auch nicht mehr die Arbeiterklasse als das angesehen, wie wirklich das System revolutionär überwinden kann. Man hat generell angezweifelt, ob es überhaupt sowas gibt oder braucht, ob man dieses System genau überhaupt zu erschüttern oder zu überwinden braucht. Und was dann noch übrig bleibt quasi in der Theorieentwicklung der Frankfurter Schule ist eine eigentlich sehr schüchtern vorgetragene Kritik an einzelnen Phänomenen des Kapitalismus, wie eben die Massenkultur. Eben das der Punkt, wie die Propaganda der Herrschenden quasi wirkt. Und wenn man sich die anschaut, also ich habe nicht irgendwie alles gelesen, aber wenn man sich irgendwie den Kern von dieser Analyse anschaut, dann ist die ja nicht sehr sehr einseitig und mechanisch. Also natürlich kann man immer einzelne Aspekte und Erkenntnisse von Theoretikerinnen gebrauchen, aber die Methode, wie sie das analysieren, ist extrem mechanisch. Nämlich diese ganze Wirkung quasi von der Propaganda der herrschenden Massenmedien, Massenkultur, die vor allem Adorno analysiert, er schlussfolgert daraus, dass die quasi so omnipräsent ist, so wirkt in den Köpfen der Menschen, so allumfassend ist, dass die Spontanität der Massen, sowas wie Massenbewegungen, für immer, oder zumindest für einen sehr langen Zeitraum, lähmt. So die komplett verblühtet, die Massen. Und was man noch machen kann als Intellektueller, was man noch machen kann als überzeugter Demokrat oder so, ist irgendwie seine Nische zu suchen in der Gesellschaft, wo man irgendwie noch gesellschaftlich irgendwie wirksam sein kann, obwohl eigentlich diese Lähmung omnipräsent ist, also überall wirkt. Für Adorno meint zum Beispiel das Soziologie, oder eigentlich ist ein kleiner Bereich in der Soziologie quasi diese Nische sein kann, dass man so wirksam wird. Und interessanterweise schreiben sie das und schreibt Adorno das alles ein paar Monate vor dem Mai 68 in Frankreich. Und danach mit der Handvoll revolutionären Wellen eigentlich diese ganze Ansicht für falsch erklärt werden muss. Bis zu dem Zeitpunkt haben das eigentlich unglaublich viele Intellektuelle, auch marxistische Intellektuelle, auch Trotzkisten wie Ernst, Mandel, 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 schwieriger Name, haben diese Analyse, dass quasi die ganze Arbeiterklasse so gelähmt ist, dass es auch die nächsten Jahrzehnte quasi keine Bewegung gibt. Und das ist eben eine sehr mechanische Oberflächeanalyse, weil wenn man unter die Oberfläche blickt, dann hätte man durchaus sehen können, und manche Marxisten, und unsere Strömung gehört irgendwie dazu, haben argumentiert, dass sich unter der Oberfläche kommende Klassenkämpfe vorbereitet, weil nicht nur die kommende Krise kommt, sondern dieser ganze Aufschwung auf dem Rücken der Arbeiterklasse vollzogen worden ist, auf der absoluten Überausbeutung der Arbeiterinnen. Spezifisch in Frankreich zum Beispiel, wo mit dem Mai und Juni, die sind diesen eineinhalb Monate, wo ein Generalstreik das ganze Land lahmgelegt hat, und wirklich die Leute schon begonnen haben, neue Strukturen zu entwickeln, wie man sozialistische Gesellschaft formen kann, wo das eben gezeigt haben. Aber, ich glaube, dass das Interessante ist, wie reagieren irgendwie Leute wie Horkheimer oder Adorno Intellektuelle auf solche Phänomene, die eigentlich komplett den vorigen Theorien widersprechen, sie reagieren überhaupt nicht drauf. Was Adorno darauf sagt, ist, der Pariser 68 war eh zum Scheiternvorteil, das war eine absolut sinnlose Einzelaktion. Wir wollen quasi wirklich nicht aus historischen Erfahrungen und aus Niederlagen der Arbeiterbewegung lernen und noch aus dem ersten Wiedererwachen der Arbeiterbewegung, weil das war nicht vorbei mit Mai 68, Italien hat zehn Jahre lang revolutionäre Wellen erlebt, seit dem heißen Herbst 69, in Pakistan ging es ab, es war wirklich, keine Ahnung, wir sagen nicht ohne Grund, das zum ersten Mal seit, also 2019, das allerhöchste sind in den 68er, wenn man in der Zeit zurückgeht, so viele Revolutionen gab und so viele Massenbewegungen auf der Welt. Genau, aber sie beschäftigen sich nicht mit der Praxis und können somit auch nicht ihre Theorie weiterentwickeln oder dazulernen, das ist komplett unmöglich und daraus verfolgt in ihrem späten Leben dann komplette Resignation. Bin eh gut in der Zeit. Komplette Resignation und dazu kann man sich extrem gute Interviews im Spiegel mit Horkheimer oder Adorno anschauen und lesen, die auch den Vorteil haben, dass sie sich quasi unglaublich im Verhältnis zu ihren anderen Werken unglaublich klar ausdrücken müssen und immer nachgefragt wird und da sie zu dem Zeitpunkt auch extrem unter Druck stehen wegen der Studentenbewegung und wegen ihrer Kritik quasi an Horkheimer oder Adorno, dass sie sich, dass sie keine politische Stellung einnehmen. Genau, die sind irgendwie sehr bezeichnend. Adorno sagt, sagt zum Beispiel zu seinem Verhältnis zu Theorie und Praxis, ja irgendwie hat Theorie schon Auswirkungen auf Praxis, aber er macht sich mit politischen Fragenstellung oder Stellung beziehen irgendwie keine Gedanken, die Theorie wird schon irgendwie wirken so in die Richtung. Diese mystische Verbindung, das überlässt irgendwie anderen. Er unterrichtet halt in der Uni und er entwickelt seine Theorie. und noch interessanter ist dieses Interview von Horkheimer, wo er quasi erklärt, dass er eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg eher eigentlich zu einem überzeugten Unterstützer des Kapitalismus und des Konkurrenzsystems geworden ist und das argumentiert er dann so, dass, ich glaube er sagt, Marx oder generell der Marxismus hat übersehen, dass Freiheit und Gleichheit dialektische Begriffe sind, weil, wenn man mehr Freiheit will, bedeutet das weniger Gleichheit und wenn man mehr Gleichheit will, bedeutet das weniger Freiheit. So wie es im Osten war, oder? Die wollten irgendwie mehr Gleichheit und jetzt haben sie weniger Freiheit. Und das ist mega interessant und ich sage das nicht, weil es irgendwie lustig ist, sondern weil das eigentlich ziemlich das Verständnis ist, zumindest was mir an der Uni bezüglich Dialektik beigebracht worden ist. Es ist so, man hat quasi zwei Begriffe, die hängen irgendwie zusammen und wenn sie so indirekt proportional sind, von dem einen mehr, von dem anderen weniger, dann ist das Dialektik. und wenn man das als Dialektik bezeichnet hat, dann muss man hinzufügen, dass das ultra mechanisch ist und jede materielle Basis irgendwie vermissen lässt, weil woraus folgt Freiheit und Gleichheit und woraus folgt irgendwie spezifische Situation in der Sowjetunion, dass sich diese Bürokratie herausentwickelt hat und das ist kein Automatismus von irgendwelchen freischwebenden Begriffen wie Freiheit und Gleichheit, so wie in der bürgerlichen Demokratie und diese bürgerlichen Ideale von Freiheit auch keine freischwebenden Begriffe sind. Genau, aber anhand von dem argumentiert er quasi, es kann halt keine repressionäre Veränderung geben. Immer, wenn man mehr Gleichheit will, dann kriegt man weniger Freiheit und das haben wir gesehen im Osten, wie das gelaufen ist. Und genau, am Ende, das ist glaube ich vor allem interessant zu sehen, worin das irgendwie führt, am Ende argumentiert er glaube ich, argumentiert er, was ich glaube, ist auch so ungefähr die Aussage von Adorno in seinem späten Leben worden auch negative Dialektik schreibt, auch so ein zentrales Werk, argumentiert er, dass das Einzige, was man noch machen kann, ist, man kann die Welt nicht mehr positiv verändern. Es gibt keine quasi positive Utopien, die man dem entgegenstellen kann, sondern man kann sich nur noch negativ verändern. Man kann quasi das Schlimmste, was passiert, verhindern, das Positive, was noch existiert in dieser Welt, irgendwie erhalten, an dem kann man noch festhalten, aber wirklich neue Transformation oder so, das ist alles nicht mehr möglich. es wird jetzt noch vermuten, dass man irgendwie so auf positiven Sachen festhält, die es im Kapitalismus gibt. Ich weiß nicht, er rumgeschafft eine Arbeiterbewegung zum Beispiel, aber nee, er geht zum Beispiel auf die traditionelle Rolle der Familie ein, was er als das Positive, was es zu bewahren gilt, anführt und quasi so eine Weltanschauung hat, wo er gegen die Pille für die Frau argumentiert und gegen die Erwerbstätigkeit der Frau, weil es gefährdet das traditionelle Bild der Familie. Also wenn man echt von der materialistischen Analyse entfernt ist, der Welt, das nicht mehr irgendwie zurückführen kann auf reale Prozesse, dann ist man echt doomed. Jetzt bin ich zwar auf einige Sachen nicht eingegangen, das können wir wahrscheinlich in Diskussionen machen. Aber zum einen wollte ich versuchen darzustellen, was glaube ich ganz gut geklappt hat, was die Frankfurter Schule für eine spezifische Entwicklung durchgemacht hat, von einem Bruch nicht nur mit der Philosophie des Marxismus, sondern von einer absoluten Trennung von Theorie und Praxis. Und das hat einfach Einfluss auf beides, weil das ist wahrscheinlich das, was die meisten zur Frankfurter Schule sagen würden. Das waren halt Top-Theoretiker oder zumindest extrem gute Ansätze. Und das mit der Praxis kann man irgendwie weglassen. Aber das kann man nicht weglassen. Das ist extrem wichtig. Wir entwickeln unsere Theorie immer anhand von den Erfahrungen der realen Bewegung und der realen Prozesse. Anders könnten wir überhaupt nichts verstehen und überhaupt nichts vorhersehen und könnten politisch einfach auch keine Schlussfolgerung ziehen daraus. Genau. Ich meine, das ist wie Marx gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist ein schöner Schluss. Das ist ein schöner Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020